Und dann ist Platz da! Skanderovic, Skanderovic, Skanderovic mit dem Tor! Da ist der Lucky Punch für 60 München! Kretschmer, Kretschmer Grimaldi! Und jetzt herzlich willkommen zu Ludwig Palusa! Adriano Grimaldi, der Superman! Koppi nicht da, deswegen übernimmt der Neuner, Brinkis! Sensationelle Parade! Der war nicht schlecht geschossen. Johannes Brinkis hält sein Team im Spiel. Einmal angetaucht, Spaß für ein Tor von Abifade! Er macht sein erstes Drittliga-Tor und packt sein zweites gleich oben drauf. Und das zweite ist ein Traumtor! Fink hilft, Kamara auf! Fink, Fink! So! Und jetzt explodiert ganz kurz mal das Pulverfass Batz! Das war stark von Batz! Skanderovic, Stefan Lecks, Stefan Lecks! Und das ist das nächste Tor! So frei darfst du den nicht zum Abschluss kommen lassen! Der Verteidiger mit dem Kopf genau auf Stefan Lecks! Und der passt genau! Stoppelkamp, geht an Sainz gegen eins! Natürlich geht an Sainz gegen eins! Geht an Sainz gegen eins! Und Moritz Stoppelkamp! Moritz Stoppelkamp! Moritz Stoppelkamp! Was für ein Tor! Ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr drüber diskutieren, wer hier Man of the Match wird! Doppelstark! Technisch fein und wertvoll! Wurz! Zauberpass! Hollerbach! Hollerbach! Und der ist drin! Das ist hervorragend gespielt! Ayerdale läuft mit, aber den braucht der Hollerbach gar nicht! Und jetzt packt Handle noch diesen Kracher oben drauf in der 90. What a goal! Wie er den da oben in den Klick zimmert! Da ist dann entsprechend auf der rechten Seite eine Menge Platz! Goppel! Goppel! Drin ist er! Was für ein Strich! Ansatzlos! Trocken! Und da war Clevin noch dran, kann den Ball aber nicht mehr entscheidend abfälschen! Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport!